Du bist dein letzter Hipster-Tanz! PartyTour, eine Berliner Band mit Charme, Humor und Pep. Nein, wir sind sehr ironisch, wir nehmen uns auf jeden Fall auf die Schippe, beziehen aber auch andere gerne mit ein. Und ich würde sagen, wir sind nicht nur eine Band oder was man sich darunter vorstellt, wir sind glaube ich eher so eine Community. Sie reißen die Leute mit sich und bringen jeden zum Tanzen. Die Band vermittelt den Zuschauern ein Gefühl von sommerlicher Freiheit und grenzenloser Lust. Seit vier Jahren nehmen sie das ganze Berliner Multikulturelle mit und verpacken es in ihren Songs. Allein durch ihre Fans sind sie das, was sie heute sind. Es ist einfach immer so krass, dass es die Band irgendwie so nicht gäbe, finde ich, also von der Stimmung, wenn es nicht die entsprechenden Zuschauer, also unsere Freunde und Fans und Menschen, die einfach so sein können, wie sie sind und einfach lostanzen und Spaß an der ganzen Musik und an uns haben. Und das pusht uns enorm und so ist es halt ein unglaublich schönes Geben und Nehmen, ohne dass man das abspricht, sondern es entsteht einfach. Und gerade wie heute hat man nochmal gemerkt, dass es echt nach so vielen Jahren auch immer noch super gut funktioniert. Wer auf eine frische, hippe Band steht, kann Party Tour am 31. Oktober im Orwo House erleben. Bis der letzte Hipster-Tanz!